Ihr Süßen, wollt ihr einen Zaubersatz? Dann sagt jetzt mal, her damit! Was geht in dir vor, wenn du allen gefallen willst? Denk mal kurz darüber nach. Die nächste Frage, kannst du denn überhaupt allen gefallen? Ja oder nein? Wer hat denn die Macht in dem Moment, wo du gefallen willst? Du oder der oder die andere? Aha, mach mal. Okay, klick, 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 klick. Ab sofort lade ich dich ein, zu denken, wenn du jemandem anderes gegenüberstehst. Ich achte dich, ich respektiere dich und es ist mir vollkommen egal, was du über mich denkst. Ich achte dich, ich respektiere dich und es ist mir vollkommen egal, was du über mich denkst. Okay? Was passiert, wenn du diesen Satz denkst? Richtig, du bist frei. Du musst nicht mehr gefallen, du musst dich nicht mehr verbiegen, du darfst einfach authentisch sein, so wie du bist. Ist das gut oder gut? Okay Leute, dann probiert es mal aus und ich freue mich auf eure Feedbacks. Tschüss. Tschüss.